Heute sollen wir Mark abschicken jetzt schon, damit ich kein Zurück mehr hab, ja. Was sollen diese Nachos eigentlich? Ich weiß nicht, von wem sind die? Schon das zweite Mal ist diese, ja. Doritos-Chip. Also man kann die einfach nur so machen. Von Baselan-Trade. Ja, wir haben grad... Jasin, hast du, du warst grad nicht da, wir haben grad bei Eli gestreamt. Kein, teuer. Und wir haben einfach den Kerl hier gezogen. In Chat-Pack. Digga, das musst du, in Chat-Pack musst du das sagen. Okay, viel. Das ist viel schlimmer. Warte, wir gucken uns das an noch mal. Das ist unglaublich, ja. Waren wir das geguckt? Ah, bei deinem Stream. Hast du den jetzt gepostet auf YouTube? Nee, wahr? Scheiße. Auf YouTube, Digga? Wie soll ich das auf YouTube sehen? Na, dass man den... ...den Live-Stream angucken kann. Nee. Nee, wahr? Es kommt automatisch, immer. Ja? Guck mal nach, vielleicht ist es schon... Ach, wir sind nicht angemeldet. Äh. Guck mal, ey, meine Hand. Jasin, 790. Du musst nur Elias eingeben, da kommt doch schon der YouTube. Das war krass, ja. Nee, ist noch nicht. Es dauert immer so eine Stunde. Ähm, gehen wir mal auf Twitter. Alle folgen! Was schreist du mir denn ins Ohr, Junge? Digga, wie man sich überall nochmal anmelden muss. Das fackt richtig ab. Mit der Tastatur. Digga, was sollen diese Chips? Alle... Alle Chips rein spammen für Eli, bitte. Danke. Ich verstehe das nicht. Ist ein Insider oder was? Jetzt machen es alle, um dich zu stänkern. Boah. Oh. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was für ein Rating prognostizierst du? Prognostizierst du? Prognostizierst du? Pro... Er hat es selber falsch geschrieben. Achso. Nein, er hat er nicht. Prognostizierst. Ähm. Ist alles richtig? Ohne Wiss, ich glaube, Sydney FIFA 20 70er Rating. Safe nicht. Wenn Maxi jetzt ein 68er... Ich sag, ich krieg ne... Ich sag, du kriegst ne... So. Hier sind wir auf meinem... Auf meinem Twitter. Leute, wer hat diesen ehrenhaften Emote? Den Sydney Prince Emote, Leute. Der beste Emote der Welt. Dankeschön für den Follower. So. Tio, 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 Tio. Und Edina 88. Safe. So, hier. Leute, Chat-Pick haben wir gemacht. Das war aber das... Ich hab mal nen Chat-Pick gemacht. Lass dich überraschen, was drinnen macht. Ähm. Sie haben nichts geahnt. Ja, das ist so laut. Sie haben nichts geahnt. Guck mal, wie wir da rumsitzen. Das ist so geil. Alle schreiben so Eiken, Eiken, Eiken. Denken so, wacht's willst du, Alter. Luca, dankeschön für den Sub. Ehre, Mann. Dankeschön, Luca. Machen wir das andere. Und... Eti, ich kenne... Ich weiß Bescheid. Ihr seid auch Ehre, Männer. So, hier haben wir ihn gezogen. Wir wussten von nichts. Wir dachten so, ja, okay, verarscht uns wieder. Eine Minute später. Aber wenn man jetzt laut sagt, dass es laut wird. Achtung! Kopfhörer ganz laut machen, weil sonst hört ihr nichts. Hm? So, jetzt lesen wir den Chat. Wir sehen so Eiken, Eiken, Eiken. Langsam kommt unser Spanisch vor. Wir riechen den Braten. Ich strebe mich um. Wow! Und er ist wirklich ins Gesicht. Und er steht da, ja! wow! Oh man! Guck mal da hinten, wie ich es ausflippe! Zu krass, Liger. Aber ich fass. Das hier muss man capturing. ich habe sogar aufgehört zu filmen, ich glaube ich blieb da noch weiter aus, guck mal da geht es noch weiter, die Brübenfaust und so kommt noch und ich habe, also ihr wisst es gar nicht, also die die neu sind, ich habe hier ein giveaway gestartet, weil wir die Icon gezogen haben, verlos ich 5 20er PSN Karten, ihr müsst nur retweeten und folgen und bis Freitag habt ihr Zeit und nochmal Dankeschön an Eddy Berlin, den besten Mod der Welt, ähm, einen der besten Mods der Welt mit meinen anderen Mods, Gio, 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 Chips, bis jetzt sind es 186 Leute, 5 Leute gewinnen, die freut uns Faust, auf der Stelle, 4 mal PSN, 1 mal Xbox, das ist ja zu spät, man, ich werde dir schon noch eine spendieren, keine Angst, oder wir machen jetzt ein giveaway von einer V-Tim, Dankeschön für den Sub Ehre, Dankeschön, Leute wer hat alles Xbox, der macht mal bitte, welchen Emo, oder der schreibt, der schreibt Xbox, der schreibt kurz Xbox, wenn genug mitmachen, dann verlose ich kurz ne PSN, ne Xbox Karte, wenn nur jetzt 5 sind, dann macht es keinen Sinn, weil ich kenne das, du weißt selber, dass keiner Xbox spielt großer und dass du einen riesen Fehler gemacht hast vor 5 Jahren, warum Xbox? Ich verlose hier 5 PSN Karts und weil ein paar rumheulen, dass ich keine Xbox verlose, würde ich jetzt auch noch eine Xbox Karte verloren, wenn genug mitmachen. Eddy, was macht Jim? Und alle die Xbox schreiben, ihr habt einen Fehler in meinem Leben gemacht, vor ein paar Jahren. Äh, ja, das machst du, ja. Aber du bist dran. Xbox. Mach das, klär das, ich geh... Hallo?